Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von God of Duty 4. Ich habe gecheckt, dass es nach dem Abspann noch eine Mission gibt. Und ja, das werde ich jetzt dann spielen. Was ich nicht wusste. Egal, ich habe gedacht, ich lasse den Abspann laufen. Die Credits. Ja, dann let's go. Er ist ein guter Wesen und ich sterbe jetzt, oder was? Er wird eine Wesenung abgericht. Oh, das ist ein guter Wesen. Er ist ein guter Wesen. Wo ist die Wesenung? Oh, schuss! Scheiße! Wuhuuu! Geil! Joa! Alles klar! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal!